Wo wohnst du jetzt? Bei deiner Mutter? Ganz ehrlich, blöde Frage, blöde Antwort. Meme-Container Im Klartext, danke. Danke, dass ihr mein Leben zerstört. Danke, danke. Stade du Senegal, die Heimat in Dakar, vom Senegal bei den internationalen Spielen. Wechsel in den ersten 45 Minuten im Team. Mit zwei Toren Differenz, um nach Katar zu kommen. Nummer 1, der Superstar jagt das Ding über den Ball. Kannst du es denn glauben? Und der Senegal fährt nach Katar. Schwierig, sehr schwierig. Mit dem Ball in meiner Hand, habt ihr gleich erkannt, ich gehe zum Basketball. Ich beweg mich in den Gang, du meinst ich werde zu klein, doch zieh dir meine Moves rein. Dreh hoch, ich lass dich stehen, ey alter. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Intelligenz zu beweisen, ist immer schwierig. Dummheit zu zeigen, ist sehr leicht. Vor fast 2000 Jahren, 2013 Jahren um genau zu sein, sind die Menschen entstanden und haben sich entwickelt. Ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist, ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Ab 10 davon fahre ich kein Motorrad. Ich habe mir schon öfters sagen lassen, dass das eine oder andere Hürschen mal feucht wird, wenn ich immer grinse. Und so komme ich in die Kamera gucke. Meine Freundin schwanger. Der war gut, auch das würde natürlich vieles über den Haufen werfen, aber nein, derzeit ist meine Freundin nicht schwanger. Noch nicht jedenfalls. Vielleicht arbeite ich da noch dran. Schau mal. Du weißt aber schon, dass ab 3,5 Tonnen zusammengewicht... Was? Zusammengewicht? Weißt du was ich weiß? Ich weiß, dass du mir auf den Sack gehst und dass du mich beleidigst und nervst und triggern willst. Und deswegen banne ich dich, das weiß ich. Alter. Die wohl krasseste Käsebräze aller Zeiten. Geil. Ich sage, ich sage immer, das ist meine Lebensanschreibung übrigens. Oder eine meiner Lebensanschreibung. Lieber vorbereitet ins Messer rennen, ohne es abwehren können, als ins Messer rennen, ohne es zu sehen. Vorher, nachher. Schaut gar nicht schlecht aus. Watashi no namae. Watashi no namae. Langsam. Watashi no manaiwa. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 war ich, wurde ich 12. 2015 26. Mein Sohn, ich hab dir zur Belohnung ne Riesenschachtel Käse gebacken. Danke. Aber wisst ihr, das Gerede über Ichs aus der Zukunft hat mich dazu gebracht, dass ich auf mich aufpassen sollte. Ich meine, nachdenken sollte, wer mal aus mir wird. Sehr gut, du hast dich richtig entschieden. Wer bist du denn? Ich bin's, du aus der Zukunft. Ich bin hergekommen, um dir zu sagen, dass du ab heute alles in den Griff kriegst. Hör auf, Fastfood in dich reinzustopfen. Fang an zu lernen. Halte dich von Drogen und Alkohol fern und du wirst der Vorstandsvorsitzende deiner eigenen Zeitreisefirma. Oh Mann, echt? Das ist ja saustark. Ich soll mich wirklich bemühen, Erfolg zu haben? Fang damit an. Hey, fick dich doch selber, du Arschloch. Ich bin nicht so dämlich. Schon aus Trotz werde ich meine Kindheit damit verbringen zu essen, was ich will und Drogen zu nehmen, wenn ich will. Hey, mal auf. Hör auf, mich anzusulzen, ich mach, was ich will. Nein, warte. Oh Gott, verdammt. So, ähm, 5,7 Megapixel. Er hat vergessen, dazu zu schreiben. The Prophecy is true. Traut euch, kommt zu mir an, legt euch mit mir an! Ich prüfe die Scheiße, muss ich nicht los. Ich habe die Abgelenzen voll mit einem Scheiße, aber ich lasse ihn. Ich lasse ihn los. Ich gehe und schaue ihn los für diese Scheiße hier. Nicht ich, ich habe nie, was ich euch nicht mache. Ich stehe jetzt zu eurem Tür. Ich bin euch ganz schon nicht in die Eier. Ich treue das auf die Ere, ich gehe nicht in die Eier. Ich bin jetzt zu einem Fass, verschraubt die Scheiße euch. Über eure Tür halt, glaube ich, mit der Brunnen. Du stehst mich hier, du wirst noch mehr. Ich bin fast. Du bist nicht zu sein. Ich bin Präsident, wir sind in die Eier, wir sind in die Eier. Ich bin so wichtig, dass wir die Eier noch nicht in dieJaune sind. Ich bin 很 Ich bin aus der Hungary. Ich bin aus der Leyen. Du bist nicht. Du kannst so Rainer Winkler grüßen. Okay, Rainer Winkler, sei gegrüßt. So, Leute, vermutlich dieses Jahr keine TikToks mehr machen werde. Haut rein, guten Tag. Leben macht keinen Sinn mehr. Ich bin im Krankenhaus, frag mich wieso. Ich bin im Krankenhaus, frag mich wieso.